Guten Morgen zusammen, wir haben jetzt Viertel nach sieben und ich mache mich jetzt auf den Weg zur Tauchschule, weil ich heute zwei Synotes betauche, hoffentlich, weil mein letzter Tauchgang ist auch schon acht Monate her und das wird ein bisschen schwierig, weil es ist 40 Meter und meine Lunge ist nicht trainiert, ich weiß nicht, ob die Tarierung stimmt, das muss ich vorher noch mal gucken. Ja, dann habe ich jetzt gleich das Frühstück in der Tauchschule und dann geht's los und ihr werdet mich wie immer dabei begleiten und da wünsche ich euch viel Spaß zum Jahr und bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.